Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Haar Stunner Gaming und heute schon mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Roblox und zwar eine Hobby. Ich würde sagen, wir legen hier auch, ach du Scheiße, wir legen hier auch der Glows mit dem Spielen. Wir müssen hier, glaube ich, erstmal hoch und runter. Bam. Wir sind jetzt auch schon bei der dritten Stage. Das ist doch geil. So, okay, bis jetzt ist sie ganz einfach, ne? Warte mal, kann man das denn nutzen oder was? Ah, ne, kann man nicht. Ich wollte schon sagen. Okay. Die Sound-Effekte gehen mir gerade ein bisschen auf den Sack. Ja, ich mach die wieder an, weil sonst ist es tatsächlich zu ruhig. So, okay. Wir können ja auch irgendwie kostenlos überspringen anscheinend. Oh, ich glaube, ich bin gestorben. Und man sollte hier, glaube ich, unten langlaufen. So. Dann. Ja gut, die Map ist schon ein bisschen anders als viele andere, ne? Weil viele Obbys sehen ja ein bisschen anders aus. Und die ist halt nur mit so weiß alles, ne? Oh. Die habe ich nicht gesehen. Also, ne, hier, okay, also es sind auch andere Farben, aber hier unten... Erstmal nicht, ne? So. Okay. Ich überlege ja auch, Shad, die ganze Zeit ein eigenes Spiel zu machen. Also, ich wollte ja eigentlich ein eigenes Spiel machen, beziehungsweise hatte ich auch gemacht. Aber dann war da irgendwas, was man einfach nicht mehr spielen konnte, so. Also, das war praktisch, oder ist ein Roleplay-Spiel gewesen, wie Emergency Hamburg und sowas. Sowas wollte ich auch machen. Aber ich habe erst mal gesagt... Wartet. Ich habe erst mal gesagt, ne, komm, mache ich erst mal nicht. Also, da kommt jetzt erst mal nichts mehr. Also, ich baue nicht mehr dran. Sondern ich warte jetzt erst mal. Ne, weil... Irgendwann habe ich sowieso keine Zeit mehr daran zu arbeiten. Und... Ja. Ich sage mal so, das Spiel sollte schon... Vor zwei, drei Jahren eigentlich schon längst rauskommen, ne? Und es ist halt immer noch nicht rausgekommen. Aber, ähm... Was ich so plane, ist, eine Obby zu bauen. Weil eine Obby... Die dauert nicht lange. Habe ich festgestellt. Ne, also jetzt mal ehrlich. Also, eine Obby dauert ja nicht lange. Und... Da würde ich mich auch aktiv dann setzen, um eventuell mal... Eine Obby rauszubringen, ne? Vielleicht auch mehrere. Jetzt nicht nur eine Obby. Vielleicht auch mal mit entkomme von dem und dem Kollegen hier. Ne, also entkomme dem... Krankenhaus, ähm... Ah, so oder so. Wäre schon eine geile Sache. Würde ich auch machen, ne? Das wäre nämlich gar nicht mal so schlecht. Aber muss ich nochmal... Gucken, ob ich das mach. Ja, genau. So. Wir sind jetzt... Och Mann, ey, das ist das hier immer so... Oh, fast ungefallen, Mann. Warum leuchtet das? So, ich muss von der Seite hoch. Zack. Boah, Junge, das leuchtet ja mehr. Man sieht ja gar nichts. Ja, man muss hier schon ein bisschen mehr klettern, ne? Also, ist schon geil gemacht hier. Ich sehe absolut auch nichts. Bam. Okay, so. Ah, jetzt sind wir hier bei der braunen angekommen. Nein, ich will es nicht wissen. So. Atz, batz. Oh, nö. Jetzt. Let's go. Ich hab's geschurft. Es ist schon außergewöhnlich, ne? Also, es ist schon ganz anders alles aufgebaut. Deswegen zurecht auch diese Spieleanzahlen, muss ich sagen. Boah, fast wieder auch mal gefallen. Ne, find ich echt geil. Also, es ist zwar alles hier so ein bisschen in diesem Design gemacht, aber hat auch irgendwie was, ne? Weil, ihr kennt ja die ganzen anderen Obbys mit diesen Lasern und sowas alles. So eine will ich natürlich auch machen. Also, mit Lasern und sowas. Aber das hier würde ich auch, äh, angehen, sag ich mal so. Ah. Zudem mach ich ja generell viele Dinge. Ah, ich bin runtergefallen. Geil. Guck mal, die wartet auf mich. Das ist ja geil. Boah, fast hin. Oh, ich bin runtergefallen, Alter. Also, komm, ich warte auch mal auf ihr. Auf sie, meine ich. Ja, komm, wir laufen schon mal weiter, Alter. Da bin ich den ganzen Tag, seit... Oh, Mist. Gestorben bin ich. Boah. Mann. So, gut gekocht, Alter. Wo soll ich jetzt hier hoch? Äh? Deiner Anseite? Nee. Aha, ich hab's. Geil. Oh, nö. Warum fall ich denn immer runter? Soll ich da hinspringen, oder was? Aha, ich hab's geschafft. Danke. Also, die ist schon zum Teil auch ein bisschen schwieriger, ne? Aber ich find's ganz geil. Also, ich hab noch nie sowas hier... Okay, die Dinger kenn ich jetzt hier schon. Die hier, also die, die kennt man natürlich auch von den anderen Obbys. Aber hier, sowas zum Beispiel kenn ich nicht, ne? Also, sowas machen die bei den anderen Obbys nicht rein. Und ich muss sagen, find ich gut. So, jetzt zart bin ich hier. Watz. Ah, Mist. Oh, Mann. Warum laufe ich denn immer weiter und springe nicht? Na gut, jetzt bin ich hier gesprungen, aber... Wer wollte? So. Wartet mal. Angst, dass ich da wieder hinfalle. Nee. Warte mal. Oh. Okay, ich hab's geschafft. Ey, ich bin jetzt bei blau. Ah, blau ist mittel. Okay. Dann gibt's schwierig, schwierig... Fortgeschrieben. Obbys ist verrückt, extrem, wahnsinn, obbipro und unschlagbar. Gut, ich bin jetzt bei mittel. Okay. Ey, was kann man hier machen? Ah, man kann sich sogar zu den Fingern teleportieren. Das ist ja geil. Wie soll ich das jetzt hier machen? So, ne? Ah, dann laufe ich natürlich genau ins Laser rein. Also, das geht doch schon wieder hier nicht. Mann. Ah. Ah. Bitte. Nur einmal in meinem Leben. Ich bin doch ein Pro-Gamer, oder nicht? So, jetzt endlich. Hier springe ich einfach oben drauf. Zack. Hier muss ich wieder diese scheiß Sprünge machen. von der Seite. Ja, auch easy geschafft. Boah, ich dachte gerade, ich fall runter, aber hier ist irgendwas. So, wie komme ich jetzt hier weiter? Das ist nur die Frage. Runterspringen hilft nicht. Okay. Gut. Das ist dann schon wieder ein Problem. Achso, man kann auch von beiden Seiten tatsächlich hoch. So. Vielleicht kriege ich es nicht mit links besser hin. Gut, ich mache das rechts. Okay, man bleibt immerhin. Ich muss einmal überspringen. Ich will hier aber nicht überspringen, weil dann kommt wieder irgend so ein schwieriges Level und dann komme ich da nicht weiter. Hm. Nee, es geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Es geht doch niemals, Alter. Okay, es geht doch. Wenn ich jetzt reinjoke, bin ich der größte Hundesohn. Oh, danke. Bin ich doch nicht. Hallo. Falle ich jetzt mal wieder runter. Ich möchte mich doch mal bitte jetzt hier hoch. Oh, danke. Ja, mhm. Natürlich. Ah, ja. Mhm. So, jetzt aber. Hä? Falle ich denn jetzt wieder runter? Ich kriege gar nicht wirklich einen Anfall. Okay. Jetzt. So. Jetzt. Einmal um die Kurve und endlich hier drüber. Danke. Die Wände regen mich schon auf, ey. Hätten die auch wegmachen können. Man merkt schon, es ist wirklich schwer. Beziehungsweise mittel ist es ja erstmal. Junge, was ist dann schwer, Alter? Mann. Was soll dann schwer sein bei denen in den Köpfen, die das gemacht haben? Ja. Äh. So falle ich auf jeden Fall hin. Mann. Hallo. Äh. Okay, jetzt. So. Gut. Und dann bleibt er da wieder hängen, ne? Okay, jetzt. Bam. Bam. Ich hab's geschafft. Ja, gut. Äh. Okay, geschafft. So, auch geschafft. Okay. Was soll ich jetzt hier machen? Einfach nur außenrum springen. Okay. Kann ich auch hier rum springen? Okay, so. Bam. Geschafft. Let's go. Einmal in meinem Leben. Okay, und dann falle ich runter. Mhm. Natürlich. Okay. Ey. Junge, dieses eine Level will ich jetzt hier noch schaffen. Okay. Leute. So, jetzt alles mit der Ruhe. Mit der Ruhe liegt die Kraft. So. Hier hoch. Und dann runterfallen. Genau so sieht's aus. Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn's euch gefallen, lasst gerne ein Like, ein Abo und ein Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Dialber vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert natürlich die Glocke, damit ihr kein Problem mehr verpasst. Habt einen traumhafen Tag. Haut rein, Leute. Euer Salom. Ciao. Ciao.